Revi sagt, wer zuletzt im LKW ist, stirbt. Hier passen da überhaupt alle rein? Eben nicht. Revi sagt, mach einen Korb oder du stirbst. Heute Abend Livestream. Kommt unbedingt vorbei. Jo Leute, was geht? Willkommen zu diesem wunderschönen Onstream-Video mal wieder an der Stelle. Wir haben ja um die 30 Subs in meinem Channel hier gerade. Ihr seht's hier gerade, wer hier alles dabei ist. Eine Menge, Menge Leute auf jeden Fall. Ich würde sagen, es geht uns wieder mit am Start. Guten Tag. Hallo. Tobi, ich werde jetzt eine Runde Revi und Tobi sagen, mit 30 Leuten spielen. Und das Erste, was ich sage, ist, der Server schadet jetzt. Und Revi sagt, landet alle in Tilted Towers, reiht euch vor Big Ben auf, kniet auf den Boden und nehmt keine Waffe auf. Und wer eine Waffe aufnimmt oder irgendwen tötet, der wird von mir für immer weggebannt, Leute. Das wollten wir nicht, oder? Das wollen wir nicht. 25 Leute hier, das ist, glaube ich, bis jetzt Rekordmann an der Stelle. Richtig, richtig geisteskrank. Revi, das sind Gegner bei Main Tower. Tobi, das sind unsere Mitspieler an der Stelle hier. Also Tobi und ich suchen uns nur ganz kurzer Shotgun, meine Freunde. Mehr brauchen wir ja nicht. Oh, Leute, guck mal, ich werfe einen Nade auf uns. Nein, Tobi. Spann dich, Bruder. Lass die Leute bitte leben. Alter, wie geil es aus. Ich brauche mal die Laternen hier, damit du besser siehst hier. Alter, Schwede sind das viele, Leute. Oh mein Gott, Digga. Okay. Die ist wie ein Militär. Guck, wenn einer schief steht, der kriegt dann... Ein Kopfschuss. Das ist wie beim Militär. Also, okay. So, kriegst du zurück. Gut. Revi sagt, kniet euch alle hin. Okay. Einmal aufstehen. Revi sagt, alle aufstehen. Revi sagt, hinknien. Und aufstehen. Oh, ciao. Voll verzockt, bist du damit schon raus. Revi sagt, bitte einmal die Reihe schließen und aufrücken aufeinander. Oh, das hat gut funktioniert. Okay, Tobi. Ich würde sagen, mach du mal. Mach du mal. Springt. Okay, Tobi sagt, tanzt. Äh, Revi sagt, ja, ihr wisst, was ich meine. Also, Tobi sagt, dass immer Revi sagt. Okay, aufhören. Wie es aussieht, wie es ein Haufen. Oh, einer hat aufgehört hier, oder? Der hier. Timon hat auch aufgehört. Revi sagt, aufhören und hinknien. Gut. Alle mal mitkommen, bitte. Oh, der hat sich zackt hier, den Digga. Okay, okay, okay. Das passt schon, das passt schon. Okay, okay. Revi sagt, alle Skulltrooper, bitte vortreten. Revi sagt, alle Skulltrooper-Skins mitkommen. Okay, okay. Revi sagt, bildet eine Reihe vor mir. Okay, Vogelscheuche, komm mal mit. Ah. Der Arme. Schade. Okay. Skulltrooper, macht euren Favorite-Dance. Revi sagt, macht euren Lieblingstanz. Wie es aussieht, das ist voll geil. Revi sagt, hinknien. Okay. Okay. Revi sagt, alle Mann mitkommen. Nee, das sind so viele Leute. Revi sagt, stehen bleiben. Revi sagt, wer zuletzt im LKW ist, stirbt. Hier passen da überhaupt alle rein? Eben nicht. Oh, wow, wow. Doch, da passen, die passen safe alle rein. Aber einer ist zuletzt drin. Ja, ja. Da müssen wir jetzt gut aufpassen. Oh, die hängen fest. Oh, der hat es geschafft. Ah, irgendwann, irgendwann, irgendwann muss einer zuletzt drin sein. Nicht mich angucken hier. Nein. Oh, Digger, warte mal. Okay. Mach mal Platz für die, ja genau. Er hat es geschafft. Zwei Leute noch. Wer ist der letzte? Warte, der war doch nicht. Der hatte doch eine Chance. Aber er war gerade drin. Der hat es gerade geschafft. Revi fragt, was macht ihr alle im LKW? Machen wir die Tür zu, sperren die ein paar los. Wie es aussieht, halt, wie so eine Armee. Revi sagt, raus aus dem LKW. Hey, warte mal. Revi sagt, alle mal mitkommen. Revi sagt, sammelt euch hier alle vor dem Kiosk. Oh, ganz knapp, Kollege. Ganz knapp. Alle weiblichen, gehen zwar bitte zu mir. Ah, au. Aua, ihr Armen. Okay, so langsam dünnt es sich schon aus. Ja, ja, ein paar wenige. Mitkommen. Ah, Spaß. Revi sagt, kommt mal alle zum Basketballplatz. Stopp. Oh, wow. Okay, wir können nicht alle umbringen. Wir können nicht alle umbringen. Digga, das waren aber einige. Leute, da habt ihr Glück gehabt, dass man es jetzt nicht so sehen kann. Oh, wow, wow, okay. Revi sagt, sammelt euch alle hier in diesem Viereck, in diesem Rechteck von der Linie. Alter. Gut, jetzt wird es ein bisschen eklig, aber wir sind sehr viele Leute, deshalb muss ich da leider ein bisschen ausselektieren. Revi sagt, Oh, Mann, wen picke ich denn? Revi sagt, du vortreten und mitkommen. Revi sagt, mach einen Korb oder du stirbst. Hier stehen bleiben. Oh, 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 oh. Hat er das Emote überhaupt? Ja, er nickt. Okay. Schade, schade. Revi sagt, du vortreten, hier hinstellen, mach einen Korb oder du stirbst. Nein, Mann. Warum nicht? Er hat das Emote nicht, glaube ich. Hast du, hast du, ah, okay. Revi sagt, zurück in die Reihe. Glück gehabt, Glück gehabt. Revi sagt, vortreten und mitkommen. Revi sagt, tanz. Oh, die Border ist ja da. Tomate bewerfen ist nicht tanzen, tut mir leid. Revi sagt, alle mitkommen. User disconnected. Er ist weggegangen. Jetzt reicht's. Man muss so etwas richtig fieses, weil das sind jetzt schon so die Erfahrenen, weißt du? Ja, 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 richtig, richtig. Ich sag dir eins, Kataschen ist einfach immer noch am Leben und das verstehe ich nicht. Echt jetzt? Er lebt einfach immer noch und ich verstehe es nicht, Mann. Ich verstehe es nicht. Da ihr alle nicht ganz so sportlich gewesen seid die ganze Zeit, machen wir etwas Kleines, um eure generelle Tüchtigkeit unter Beweis zu stellen. Revi sagt, ihr lauft auf meinem Wort, wenn ich sage los, einmal um die Steinzipfel herum und durchquert dann das Tor und bleibt hinter dem Tor stehen. Die letzten drei werden von mir hingerichtet. Revi sagt, los. Okay, die machen das schon alle ganz ordentlich, Tobi. Ja, da wurde das, okay, also ordentlich haben sie sich gemacht, aber da wurden manche blockiert. Das kann leider passieren, das kann leider passieren. Mhm, okay. Und stopf, stehen bleiben. Okay, ich weiß ganz genau, wer es ist. Das war es leider du, Kollege. Oh, das warst du. Hey, das war ich. Oh, okay. Ich glaube, ich glaube, du hier auch, oder? Nee, nee, ich glaube, es waren bloß die zwei. Die beiden, aber ich habe gesagt, die letzten drei. Warst du unter den letzten drei? Lügst du gerade? Okay, Revi sagt, mitkommen. Interessant. Bin mal gespannt, ob Kataschen das überlebt hat, weil wenn er das jetzt überlebt hat, dann verstehe ich es auch nicht. Das war nämlich so ein Rettem, Alter. Revi sagt, nicht auf die Treppe hoch. Oh, Bruder, es tut mir leid. Der war wirklich fies, aber ich muss jetzt leider die eine Person hier. Bleib stehen, bleib stehen. Ich habe es leider gesehen. Du warst oben. Louis, es tut mir leid. Louis Vuitton. Louis Vuitton, es tut mir leid. War alles ein bisschen asozial, aber ich sage nur, Revi sagt, halt Abstand. Genau so, und die haben das. Revi sagt, geht alle hier unten in dieses Viereck rein von dem Strommast. Der letzte wieder, oder? Nee. Achso, einfach rein, genau, okay. Wie du dich jetzt zubaust. Revi sagt, baut den Strommast ab. Wow, wie schnell das ging. Okay, tanzen. Revi sagt, tanzen. Aufhören und springen. Der ist so weit gekommen. Nexo Boy, der hat davor gegen uns gespielt. Schade. Revi sagt, aufhören. Revi sagt, geht in die Hocke. Steht auf. Revi sagt, aufstehen. Revi sagt, hochspringen. Geht in die Hocke. Da. Okay, es wird immer härter, wie ihr seht. Revi sagt, bildet alle einen Kreis. Ja, das ist ein Kreis. Okay, das ist ein guter Kreis, ja. Nee, ist echt gut. Revi sagt, Skull Trooper in die Mitte und tanzen. Welcher? Welcher von den beiden? Das war nämlich der Trick. Einer, weil ich habe ja nur eins mehr gesagt. Revi sagt, beides Skull Trooper hinten auf die grünen, Trafos. Revi sagt, Ritter, steh auf. Knie dich wieder hin. Revi sagt, knie dich wieder hin, Ritter. Und ich würde sagen, Revi sagt, alle hinknien. Revi sagt, springt in die Luft und kniet euch hin. Und aufstehen. Schwierig, Tobi. Die sind echt hart. Ja, die sind gut, die sind gut. Die sind wirklich krass, die sind wirklich krass. Machen wir ganz viele hintereinander irgendwie. Revi sagt, hinknien. Revi sagt, aufstehen. Revi sagt, springen. Revi sagt, hinknien. Revi sagt, aufstehen. Und springen. Da hatten wir, guck mal, das ist dann ganz schnell. Das ist mega schwer. Revi sagt, macht gar nichts. Okay, mitkommen. Oh. Revi sagt, mitkommen. Damn, Bro. Ja, wenn du es so schnell hintereinander machst, dann kommt man übelst leicht durcheinander. Deswegen. Revi sagt, bleibt hier vor der Treppe stehen. Fünf Leute hier noch. Okay, okay, okay. Revi sagt, alle Season 2 Skins tanzen jetzt. Revi sagt, hört auf zu tanzen. Hallo. Revi sagt, mitkommen. Revi sagt, wer zuletzt in dieser Hütte hier vorne ist, stirbt. Ja, da kommt die Border jetzt. Und da müsst ihr direkt wieder rausgehen. Okay, und raus. Raus, 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 raus. Ich habe mir denjenigen gemerkt. Revi sagt, kommt raus. Ich habe mir denjenigen gemerkt, der zuletzt drin war. Das klären wir gleich in der Zone. Das klären wir gleich. Ich weiß auch welcher. Revi sagt, bildet eine Reihe vor mir. Revi sagt, die Person, die zuletzt drin gewesen ist, trittst du freiwillig vor? Nein, du warst nicht zuletzt. Also eigentlich war es der hier. Aber trotzdem, er wollte vielleicht einen Schutz nehmen. Und Revi sagt, folgt mir. Wir machen es diesmal richtig krass, Tobi. Ich habe eine richtig gute Idee, wie wir das am Ende machen. Okay, okay. Ich glaube, Katerchen lebt einfach immer noch, Alter. Revi sagt, Katerchen wird nur noch hier bis springen einmal. Nein. Ist ja nicht wahr, Alter. Hä? Das kann nicht sein, diese Legende, Alter. Ja, jetzt wird es nicht mehr viel, ne? 30 Sekunden. Revi sagt, wer zuletzt auf der Ladefläche dieses LKWs ist, ist ein toter Mann. Ja. Na, na. Revi sagt... Na, warte, warte. Ja, guck mal. Ladefläche. Eigentlich der Skull Trooper, ne? Ja. Revi sagt, weiblicher Skull Trooper, bitte komm her. Möchtest du noch ein letztes Emote spammen? Ja, so würde ich auch gerne sterben wollen. Oh, Mrs. Mini auch wieder unter den Fehlerlisten gewesen. Revi sagt, alle anderen drei vortreten. Revi sagt... Warum hast du das gemacht, Tobi? Mann. Ey, was denn? Ich brauchte den Baum. Revi sagt, sucht euch alle einen Baum hier in der Border und stellt euch an den Baum. Äh, großen, oder? Ist Tobi, ich habe gesagt, einen Baum. Ja, ich meine großen. Revi sagt, wer zuletzt seinen Baum abgefarmt hat, ist ein toter Mann. Revi sagt, die letzten beiden mitkommen. Da wir noch nie so weit gekommen sind bei Revi sagt, machen wir heute ein ganz besonderes Ende. Und zwar entscheidet diesmal die Zone. Wer von euch beiden dieses Mal gewinnt? Wenn es schon wieder Katerchen ist, dann... Tut mir leid. Dann, also... Dann bin ich raus. Okay, letzte Zone. Revi sagt, oder Revi fragt, habt ihr beide Full-AP? Der einen... Ja. Was ist mit dir? Ihr habt beide Full-AP? Sehr gut. Revi sagt, bereitet euch auf die letzte Zone vor. Wir müssen einfach den Berg wieder hoch. Na, echt jetzt? Achso. Oh Gott. Hast du noch genügend Wilds dafür, Tobi? Äh... 100... Ja, doch. Geht, geht, geht. Revi sagt, mitkommen. Au. Oh mein Gott, die geht wieder zurück. Imzend. Imzend. Huh? Verdammt. Hilfe! Okay, Revi sagt, wer überlebt... Ich habe keine Metzen, ne? Ich habe keine Metzen. Revi sagt, wer zuletzt noch lebt, hat gewonnen. Hilfe! Oh Gott, ich... Hey, warte mal. Wir müssen hier runter. Nein! Wir hatten den Weg... Wir hatten den Weg ja schon... Was? Epischer Sieg, Leute. Werdet ihr bei mir gefliegt, hätte ich gewonnen. Es war... Eigentlich... Jetzt muss ich mal gucken. Im Killfeed stand... Oh wow, stimmt. Zuerst Little Relaxo und dann Erik Nohn. Erik, du hast damit gewonnen. Ja, Mann. Herzlichen Glückwunsch, Erik. Tu es kurz im Stream oder im Video was sagen. Erik, entmüte dich und spreche zu den Leuten. Ich spreche zu den Leuten. Äh... Hi. Du hast gewonnen, Erik. Das weiß ich. Ehre. Ehren, Erik. Ehren, Erik. Kataschen, entmüte dich mal ganz kurz. Ja. Bruder, eine ganz kurze Frage. Wie schaffst du das jedes Mal so weit zu kommen? Ähm... Perfekt. Ich würde sagen, das war es von diesem Video. Schaut bei Tobi vorbei. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.